Maja besucht ihren Opa im Altersheim. Hallo Opa! Bernd war überrascht. Hallo Maja, was machst du denn hier? Ich wollte dich mal besuchen. Der Gärtner sagt. Willst du uns ein Buch vorlesen? Ja, na klar! Als Maja den Leuten im Altersheim ein Buch vorlas, wurde den Leuten langweilig. Wollen wir Mau Mau spielen? Ja! Als alle am Tisch saßen und spielten, brach ein Feuer aus. Keine Angst, ich war früher Feuerwehrmann. Bernd nahm den Feuerlöscher und löschte das Feuer.